Ja, einen wunderschönen Jutern Abend, Freunde der Nacht. Willkommen zurück hier bei EGGLE. Und ja, Freunde, wir müssen heute mal ein bisschen Leiter Erde schippern, weil... Ich hab so ein bisschen nachgekickt. Freunde, wir brauchen so viel... Ja, nicht viel, aber... Ja, Steine... Leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch, brauche mal viel Steine. Und jetzt brauche ich erstmal Erde für Rampen, weil... Ich möchte gerne in unsere Mine gehen, um dort ein paar Steinchen zu kloppen, damit wir ja weiter forschen können. Es ist leider einfach so. Es ist leider einfach so. Wir brauchen dafür Steinchen. Und je mehr Steinchen, die wir haben, desto besser ist das. Ah, und deswegen mache ich hier meinen Weg frei, damit wir Rampen bauen können. Und mit den Rampen kommen wir dann schneller nach unten. Ja, toll. Clever. Und mit dem Rampen... Ja, sind wir jetzt wieder da, oder... Hallo? Wagen... Ja, machen wir ein bisschen Breakdance, meine Freunde. Machen wir ein bisschen Breakdance, ja. Entdeckung. So, mein Kaffee ist wahrscheinlich schon wieder leer und kalt. Hm... Hm... Und mit Pottery kann man dann, ja, andere Sachen machen. So, deswegen muss ich jetzt mal hier ein bisschen den Weg freischaufeln. Außerdem brauchen wir noch eine Straße dann hier hinter. Also ich muss dann auch noch Sand farmen, um dann wieder Erde zu farmen, um da eine Straße zu machen. Aber ich glaube, das werde ich dann ein bisschen Offscreen machen. Ohne euch. Das muss alles raus. Das gefällt mir nicht, da muss die Erde hin. Hier. Ja, da komme ich nicht durch, weil ich keine Eisen habe. Es ist ja da war. So. Dann haben wir denn mein Werkzeug dabei. Äh, jetzt habe ich das abgelegt. Na, super. Naja. Ich dachte, ich könnte jetzt mein Straßentuch schon mal hernehmen. Da oben, guck mal, da braucht es schon wieder Steine. Nein. Nein. Achso. Keiner drinbleibt. Ähm, ich brauche Rampen. Ernsthaft, ich kriege nur zwei Rampen aus. Ja, okay. Besser als gar nichts, erst mal. Wir brauchen noch mehr Erde, Freunde. Wir brauchen mehr Erde. Äh, Rice. Ich tue mal kurz ein bisschen Schnodderradatz ablegen hier. Das muss ich noch alles mit in unser neues Häuschen. So. Ah, hier, die wollte ich ja noch machen. Stimmt. Wollte ja noch weiter Happy Happy machen. Und zwar wollte ich ja machen. Ah, der Bildeintopf wird mich auch schon voll reizen. Diener wird die machen. Ja. Da haben wir ja alles da, oder? Ja. Das blöde ist, dass er nicht gleich alles reinzieht. Das ist so... Nee, der zieht halt nicht gleich alles rein. Äh, haben wir hier irgendwo Heidelbeeren? Blaubeeren. Ich hätte gern Blaubeeren. Hier wachsen so viele Tomaten. Ich brauche eigentlich gar nicht anpflanzen, weil hier wachsen immer welche nach. Ah, schön, wie die Sonne aufgeht. Ist das nicht schön? Hier so viele Bäume zum Kicken. Ah, da haben wir doch welche. Einmal. Da komm mal mit, du. Zweimal. Zehn. Ne, nix. Brauch noch mehr. Wieder ein Baum. Wenn alles gefällt, braucht man nicht mehr. So, nochmal mit. Siebzehn. Zwanzig. Ne, passt doch. 23. Ich kriege mal noch ein paar Samen raus. Denken wir selber, wenn ich solche Büsche pflanzen, finde ich sehr schön immer sowas. Na ja, damit kann man leben. Damit kann man leben, Freunde. Jetzt, wenn wir eh schon mal hier sind, können wir uns kurz kicken. Habe ich hier irgendwo mein Werkzeug in der Hand? Ja, meine Stampfe. Meine Hacke. Können wir ablegen. Tomaten. Tomaten kommen wir mal hier rein. Dann Kürbis. Und das da. Juhu, dann nehmen wir mal die Stampf. Äh, und. Äh, äh, äh. Die Hacke haben wir ja schon. Dann können wir mal. Schon mal. Mach mal die denn hin. So. Dann machen wir halt dazu. So ein kleines Heidelbeerfeld. Machen wir hier Kofferraum wieder zu. Dann können wir schon mal den kleinen Teil unserer Straße hier bauen. Ja. Pam. 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 Ah, Stufenaufstieg. So, hätte ich es gerne. Ja, genau. Da muss alles Straße werden. Und links von uns und rechts von uns sind Bäume. So eine schöne Allee. Bist du? So. Alles auch schon erledigt. Dann kommst du wieder hier rein. Oh, ich muss unbedingt Zeug ablegen. Oh, ich habe so viel schnollerer Platz dabei. Wahnsinn. Jetzt hat Lagerplatz. Zwei Rampen. Trunk. Ich weiß nicht, warum hat das da reingetut. Ich habe Kisten dafür. Naja. So. Nochmal zwei Rampen. Ich brauche unbedingt mehr Erde. Ja. Ja. Sagt euch, ich brauche unbedingt mehr Erde. Ich muss jetzt mal Zeug ablegen. Das ist ja auch mal eine Idee. Halt, halt, halt. Fuß, Vorsicht. Nicht das Mikrofon. Guckt euch das an. Das geht doch gleich viel schneller. Na ja, heute ist es um. Ich weiß auch nicht. Heute ist eine komische Freude. Na ja, dann buddeln wir schon mal unseren Werk hier ab, wie ich es schon mal gesagt hatte. Damit hier unsere Felder entstehen können. Ja. Ja. Super machen wir das, hä? Ja, die Klatschen, Terraforming. Das sind unsere Aufgaben. Wahnsinn. Kannst du nicht mal was Produktives machen? Niemand vorhin. Macht mich leid. Ich habe wieder das Glück. Warum ist der Rucksack eigentlich die ganze Zeit offen? Das nervt. So. Scheinmal reparieren gehen. Ich muss endlich mal. Jetzt kann ich halt mal hier ein bisschen Zeug ablegen, oder? Dafür war der Rucksack offen. Ich kann ja mal ein bisschen Zeug ablegen. Äh, Fiver. Haben wir hier nicht schon... Die Truhe für Samen? Nein. Schade. Den schmalen. Den schmalen. Das komische Blatt. Stimmt, die Heidelbeeren wollte ich auch noch machen. Verdamm. Egal. So, dann weicht jetzt hier eigentlich mal dieser komische Bräer. Weil hier kommen dann meine Felderchen hin. Für Heidelbeeren, Rüben und Co. Da ist Lehm. Oh, schön. Lehm. Brauchen wir auch noch. Das ist Lehm, das ist Erde, das ist auch Erde. Lehm kann man auch gut gebrauchen. Nachher dann für Pottery, wenn wir es endlich mal haben. Ja, 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 ja. Die Erde ist am wichtigsten. Nachkommt der Lehm. So, ja, ich weiß es, ich könnte euch auch was Schöneres vorstellen als ich. Ich könnte mir auch was Schöneres vorstellen, aber was muss, das muss. Ich brauche Rampen. Haben wir noch Platzhütten? Ja, da geht noch was rein. Gebt noch ein bisschen Erde rein. Erde. Du bist auch Erde. Du bist Erde. Muss ich nur aufpassen wegen meinem Bäumchen da oben. Das soll nämlich erst noch wachsen. Bevor ich das wieder abholze. So. Und was macht ihr so? Erde klatschen, oder? Aha. Ja. Ich merke schon, das muss ich echt Offscreen mal machen. Weil das dauert ja ewig. Ewig, hat er gesagt. Das ist im Jahrhundert, was du da arbeitest. Ja, ich weiß. Aber Freunde, was muss, das muss. Das wisst ihr doch. Jetzt haben wir ja vorher noch vier Erde. Ja, die können wir mitnehmen. Vier. Eins. Oh. Zwei. Drei. Vier. Obwohl wir können damit ja bescheißen. Können wir hier schnell mal den Schnodderer-Datz wegbringen. Leben. Und hier hin. Das Holz auch noch weg. Dann haben wir wieder Platz für mehr Erde. Ha, ha, ha. Noch mehr Erde, Freunde. Mehr Erde für... Keine Ahnung. Rampen. So. So. Komm mal her, hier mal vor. Treff mal von hier. Nein. Boah, ist nicht er weg. Nein, ich bleib's da. Ja, das ist so. Nichts geht gut über gute alte Herde. Das müsst ihr doch verstehen. Oh, hier ist ja ein fettes Leben vorkommen. Das ist ja genial, ey. Da kann man ein schönes Leben ausbauen. Hey, Wolf, geh mal weg jetzt hier. Na, das ist ja genial, Freunde. Ah. Wolf. Was? Ist er schon wieder voll, oder was? Oh. Na dann. So, dann nehmen wir mal unser Bollerchen. Ah, hier muss der ganze Sand auch noch raus und durch Erde ausgetauscht werden. Oh, da können wir ja wieder Glas und was weiß ich was alles herstellen. Sehr schön. So, jetzt geht's ja schon schneller. Merkt ihr das? Das ist halt auch wichtig, dass es schneller geht. Oh, leer. Gut, dann. Äh, Lagerplatz. Happy, happy mitnehmen. Essen, essen, essen. Magen ist voll von dem bisschen. Das kann nicht sein. Jetzt ist er voll. Äh, Herstellung. Ich wollte ja was herstellen. Stimmt, den Wildeinkopf wollte ich herstellen. Wie kann man denn herstellen? Oh, acht Stück. Dann müssen wir noch meine Heidelbeeren hier loswerden. Paar. Dann. Ich habe ja noch ein bisschen Tierfett. Ich mache mal kurz hier rüber. Ich habe ja noch ein bisschen Tierfett, wa? Das ist so lecker, aber jetzt habe ich hier voll. Jungle Campfire, nee. Ich mache kein Jungle Campfire. Krita Mais, Krita Wurst habe ich nicht. Krita Tomate. Bratene Tomate. Fried Tarot, nee. Auch nicht. Naja, es hat ein bisschen Vitamine und sowas, Carbs hat wieder alles, Fett auslassen, Charred Mushrooms, Fett, ja, oder ich spare einfach, Weißweizen, ah, ok, ich rede Deutsch nicht mehr, dann hebe ich mal unser Fettchen ein bisschen auf, wer weiß für was wir das mal noch brauchen werden, so, äh, Rampen wollte ich auch noch bauen, kriegen wir das hin, kriegen wir bestimmt hin, damit wir ein bisschen schummeln können, damit die Zeit ein bisschen schneller vergeht, Wop, 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 W da hat er jetzt geschummelt nein habe ich nicht ich habe es noch ein bisschen schneller gemacht hier bräuchte ich eigentlich auch noch erde aus geht leider nicht so drehen wir mal ich könnte ja eigentlich auch meine sandsteinmine ausheben theoretisch ich komme nicht lang wegen dem stein hier oder boah ist das harter stein was ist denn das überhaupt einmal erde bitte einmal erde bitte da brauche ich heißen oder irgendwas dafür dann haben wir jetzt aufgefüllt da musst du wieder weg da brauche ich muss mein stammverlieb da jetzt habe ich mal dass ich es runterkomme jawohl aha macht schon gleich viel besser du bleibst stehen oder ja brav kann man nicht die steine wieder klopfen 1 2 3 ja ich weiß ich könnte euch mal spannendes vorstellen ich würde es auch lieber auskühlen machen aber es muss leider auch mal während der folge sein können ja nicht immer nur so der wagen steht schon mal näher wieder davor das ist schon mal perfekt so richtig 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 geht er wieder schnell hier auch wieder von 1 2 3 4 ein spaß ist das hier meine hackes auslauf wieder kaputt hätte ich das gewusst hätte bergbau spezialisiert das ist ein e-bällchen vom weinsten so meine hacke ist ja sehr gut danke sieht so aus hier mal kurz hacke dabei spannend vom weinsten war ich glaube es euch kann ich mal was anderes machen leider nicht das gehört dazu freunde es ist leider so das gehört leider völlig dazu ja so weiter 1 2 3 4 1 2 3 4 da geht es runter wie tief willst du denn noch gehen so tief es geht ja macht einen völlig spaß hier man kann es echt ausgemacht haben aber wir wollen stein um die dinge weiter zu machen um dann irgendwann endlich pottery zu kriegen weil daraus muss ich wieder noch mal ziegelsteine machen und es ist ein aufwand ich glaube das mache ich echt offscreen 20 wenn ich einsaß jetzt in dieses doppelkirche geben wenn man das erschlagen muss das ist ja nicht genug platz sind wir schon wieder nicht sind wir denn schon wieder voll hier kommen auch ein paar steinchen raus ich sag ja ich hätte ja bergbau machen sollen und wieder voll wahnsinn 12 ich bin zu hungrig zum arbeiten jetzt auch noch zu hungrig zum arbeiten oder was sagt ja bergbau der nächste punkt mit dem bergbau platz tragt doch mal das ding ist auch schon wieder voll machen wir mal schnell hier die doppelten alle kaputt ich hasse sie wie die best und doppelter aber noch kleiner ich sehe dich doch gut dann fahren wir mal wieder zurück nein 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 das ist jetzt dein ernst oder was ich mag nicht mehr muss ich den ganzen gescheit hier hoch schleppen nur weil er da jetzt runtergerutscht ist na gut freunde da habe ich jetzt ein bisschen was zu tun dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder hier in echo und ich verzweifle jetzt dabei bis dahin mache zu ja Ciao.